so hallihollo liebe leute wir sind bei folge 9 ich guck grad mal hier rein bloody dice bleed skills minus einfach sein crit chanced blight skills mit minus 8 prozent max hp wir können dich für diesen rotfäder oder sowas geben hier hab ich jetzt eigentlich 22 davon dann müsste ich doch mein harmlos mess mal upgraden können dann der flames molde metal da brauche ich nichts upgraden erst mal direkt sanatorium ist jetzt auch nicht zwangsläufig müsste ich jetzt nicht direkt der gilde instruktor training kann ich die kosten reduzieren wird so schlimm sind die jetzt gerade nicht und war doch noch was blacksmith ist aber gerade wo ich gerade war kann ich dann nochmal die das abbrechen so 900 beides mal machen und guppy wahrscheinlich auch beides mal die sind schon die die mir am herzen liegen glaube ich mal und meine highlight auf jeden fall so da habe ich ein paar abgegradet würde ich sagen jetzt gehen wir nochmal jetzt könnte ich hier den boss fighten kill the necromancer apprentice könnte ich jetzt hier machen kill the necromancer apprentice rewards a necromancer is performing unspeaker rituals in the shattered halls of anchester home it must be stopped so mal hier unheimliche information you can hear your house turn the beacon of light into vessels for the white washer cleanses the earth causes consecrated essence and bring back the light ok level 3 veteran level 1 level 1 apprentice ok jetzt habe ich jetzt die level 3 Sachen wo ich wahrscheinlich auch level 3 Leute dabei haben sollte ungefähr würde ich sagen machen wir mal das hier, nehme ich den das mal wieder mit den wieder als Doktor, schulde nicht Lüdie als Heilerin Skadea, self only, all companions here and reduce stress so was hat sie, self, companion resist stress, one companion, hier 15%, das ist halt richtig mächtig flight resistance, reduce stress all companions, reduce stress and heal 20% los geht's, so auf jeden fall davon wieder eins das ist jetzt 18, das lohnt sich nicht, so muss ich es machen und lohnt sich wie gesagt nicht, darum würde ich mal eins mitnehmen pure evil, use the pure evil and restore, color blights, poison and toxins ich würde zwei davon mitnehmen jetzt geht's darum einen Boss zu töten, bin ich mal gespannt okay, irgendwie sind wir wohl in Ungenade gefallen, weil in einem Fuß einer toten Ratte irgendwas schlimmes war ich würde das mal sagen, ich komme in die Richtung, bevor ich da alles nochmal laufen muss, nein, nicht reingucken und ja ich muss es doch mal in uns verteilen direkt mal verbraucht Scouting hm, leer brauchte auch nicht hingehen und da scheint mein Ziel zu sein ähm jetzt hab ich jetzt hier ne Falle gescoult ich nie sehe bin doch gerade durchgelaufen schon mal lass mich verarschen das ist schon ein bisschen Quatsch jetzt light 72 oh fuck oh shit äh, traps 30 20 25 25 10 musst du das machen bis abend, sehr gut ähm, reingucken take all man, ich hab komplett die Fackern vergessen ich voll trottel ich komm, das ist jetzt hier der Apprentice, den ich töten soll anscheinend noch nie oh kacke ey ich hab komplettes Licht vergessen oh man äh Dazzling Light auf jeden Fall ach, so ein Ding kriegt ich mir jetzt noch ein bisschen Light zurück Sandwich Pull, das ist doch ekelhaft dieses vorziehen hätte ich doch lieber den anderen nehmen sollen Blinding Gas mach ich halt das da hinten so reige Stunt ach, das ist aber so weit vorne steht jetzt kann ich das abkriegen kannst du eh nicht viel machen deswegen du kannst die beiden aber angreifen was mich für Schaden macht was nice ist Dodge, sehr gut Disorienting Blast Uh, sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Judgement 3-7 Schaden und haltet sich selber dafür sehr gut 6-13 As the fiend falls a faint hope blossoms Und sehr sechst, das sehe ich Oh, und die weichen aus Ah, schade, wäre auch zu schön gewesen Wir alle dreieinander treffen Life in the dark Das ist mir nicht mehr ganz so schlimm Judgement 3-7 Nice Light take you Well struck 8-14 Und tot Take over Holy Fountain Re-invages Ach, wird den Stress weg Problem ist Es ist ein bisschen weit für ohne Fackern laufen Das ist echt mein Eat Das ist echt mein Ding ins gut timen Ach, Trap Wieder Ich muss eigentlich jetzt hier schon rasten Ich raste jetzt hier Noch vier übrig Müsste klappen Hm, was ist Eustress Das auf jeden Fall gegen Nighttime Ambush Gebe ich hier mal die Resistenzen raus Die Pfaffchen ist eigentlich noch Was ist schon alles? Ne, Tankpuss 2 Hab ich noch fünf Crit plus Self-Owned Stressresistenz So Rest Es ist gar noch acht übrig Ich hab nicht mal richtig gerechnet Ich trottel Guck mal rein Nothing but ashes on the side Okay, das ist ja nicht so schlimm Ach, sie hat wieder hinten angreifen, ey Das geht was für Keks Sehr singenleit Nein, dann kann ich mir die da vorne Den gehen Blinding Gas Das will ich da hinten haben Beide gestumpt Sehr gut Wicked Hack 6 bis 13 Ah, eine Würfel auf eine 6 Hm, krieg mir drei Schaden mehr dadurch Wahrscheinlich nur 6 Würfel Aber Das sollte klappen Nochmal fünf Schaden, ey Und dann Ah, geht sehr gut vorbeigestossen Uh Warte, mal den töten Dann würde ich mal den töten Dann Judgment Und, ne Nein Heilung Auf den Dann smiten wir mal Ne, ne In Stunning Blow Wenn wir möglichst keinen Schaden mehr kriegen So Heilung wir nochmal den Ah, das war ein Party hier Na gut Ist auch nicht so schlimm So, jetzt falsch geklickt Und dann töten wir den Perfekt Check out Schau dir selbst, dass ihre Überconfidence ist ein langer und insidiouser Killer Das Judgment ist ein ziemlich geiler Skill, muss ich mal so sagen Das gefällt mir Oh, schau dir dieses blöde Fie Tempting Goblet Blinding Ass Einer ist gedeutscht Shit Aber der andere ist gestand Versuche ich mal den zu töten, den er vielleicht einfacher töten kann Oder zumindest verletzen kann So, getötet Judgment Und, das ist nie ein Leid Ich hätte lieber Judgment auf den da Wenn der möglichst nächste Runde tot ist Zwei Schaden, das geht noch Machen wir es dannen Versuch Ach, der ist dir der blöde Stressfuzzi da Der macht einfach nur unsere 15 Stress Gib mir nicht mehr Kicks Klatsch mal nochmal auf den 3 bis 7 Komm, sehr gut Tod Und selber geheilt 6 bis 13 Sehr gut 13 auf den Dianet Lab, das ist irgendwie so schädlich Bist, Corona Reeling About to break Setz intercession Störb mann bedürfensig brauche ich gerade nicht Determin domu Der hat relativ wenig im Leben jetzt, das ist nicht ganz so schön. Kein Tons von Iron. Du musst auf Fleisch und unverfassungsvollen Wurzeln. Das muss wirklich sein. Plus Loot, Plus Player Crits. Ah, da ist aber ne Fackel. Da gibt's Fackeln. Blindingers. Blindingers kann ich nur einwirken. Das ist Rointending Blast. Sehr gut. Das ist mal durcheinander gebracht. Hoffentlich. Bringt das irgendwas. Fällig ein Bosskampf ohne Fackeln anzugehen. Ich bin doch völlig behindert. Ich komm darauf nicht klar, dass ich so'n Quatsch gebaut hab. So, erstmal sie heilen hier. Wieder Minimal-Variante. So, dann machen wir so, dann ist schon mal einer weg von dem. Lass der nächste weg. Nachschuss Blast. Wahrscheinlich nicht wirklich... Irgendwo, wenn sie jetzt wieder dran ist. Und getroffen hätte, wär's tot gewesen. Heilung. Auf sie. Auf jeden Fall. So, dann ist's. Widerstand. Sehr gut. So, dann ist's. Kommt drin. Sehr gut. Tod. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. So. Jawoll. Take all. So. Toll, 25 kriegt schon der Fackel. Ah, nie so geil. So, shit. Blinding gas erstmal auf die hinten. Double stun. Sehr gut. Perfekt. Sechs bis 13. Sie erscheinen hier, dass du getötet. Ähm, Heilung. Vier bis sieben Schaden. Ich kann einfach nicht mehr als das machen. Erstmal. Sechs bis 13. Oh, 26er Crit. Das ist übel. Ich hoffe, das kann ich meinen Boss dann auch wiederholen. 26er Crit und sowas. 23 Licht, ey. In zwei Herkretten. Super. No cut off for the card. Judgment. 3 bis 7. Ein bisschen Licht noch zurückgeben hier. Gibt doch Licht zurück, ne? Ne, das gibt's gar nicht zurück. Oh, shit. Gibt alles kein Licht zurück. Alles gar nicht zurück. Shit. Und das trifft nicht. Logisch, weil... kein Licht mehr da aus. Der Monster wäre natürlich auch stärker. Der Erseling leiden. Ein bisschen Licht zurück. Nach Schluss Blast. Kommt alles drauf, was ich hab. Und tot. Ich will einschneiden. Ich schoye ein Brust. Es kann sich nicht ernst nehmen. Mit diesem Victorian ist der erste Test. Selbst wenn es zu Hause ist. Vielleicht muss sie zurückgebracht werden. Ich habe noch nichts. essen war kein licht mehr hier ist es richtig dunkel stark hier nicht vier man das schaffen und überrascht logisch als dunkel ist wie arsch mein ding ist das orienting blast man kann es theoretisch auch nur so spielen aber es ist nicht so geil das sind leid ein bisschen licht wieder hier rent for the old gates doch mal schaden ist echt übel und eldritch grab kann nur laufen die moment Die größer die Biest, die größer die Glorie. Jetzt bluten wir jetzt noch, das wäre jetzt noch echt übel. Dann muss man nach vorne laufen, sonst hilft mir nichts mehr. Bleed, Heilung und sowas. Sehr gut. Zellus Exxonation. 2x6 Schaden. Betötete ich ihn eh mit Smite nicht, von daher kann ich ihn auch beide reduzieren, dass er möglichst mit jeweils mit einem Schlag töten kann. Das war schon blutig schon wieder, ey. Heilung. 3 Schaden. Ich glaube, er stirbt nicht bei der nächsten Aktion. Auf jeden Fall töte ich den erstmal. Dann kann ich ihn mit Smite angreifen und der trifft nicht! Der trifft nicht! Ah, jetzt stirbt trotzdem. Geht sehr gut. Verdammt. Komm, gib mir Licht. Die Dunkelheit ist viel schlimmer als nur Triggerates und Boogeymen. Wie überrascht. So eine schadee Anstalt, kann ich nicht unabwurzelt werden. Das Gefühl, ich f**k gerade ab. Ich f**k erstmal für vier. Nochmal Krabble. Boah. Au. Ich hätte immer noch das. So, Iron Sworn. Sechs bis zwölf. Graveyard Slash trifft nicht. Den muss einfach nach vorne rutschen, weil sonst hilft mir gar nichts. Und jetzt... Nex bricht. Sechs Schaden, ey. Noch ein 17er Kritt. Au. Desto... Ah, er hat gerade noch überlebt. Schmeiger. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Setz die Stärke für Heroism oder Gewalt. Hei, lass mal hier vom Todes... ...Todes Tod zurückholen. Den würde ich gerne töten. Immer noch. Oh fuck. Und jetzt ist der Tup-Test. Halt schnell oder expire. Irrational. Na geil. Irrational ist jetzt geworden. Ich mag das nicht. Ach nein. Wer macht das schon? Einige ist einer so stoben und der andere so stummt. Sehr gut. Wenn ich überlebe, dann breche ich die Kräste jeden Fall ab. Aber das ist echt nicht mehr gut. Ich kann sie ja wieder von der Todes-Tür zurückholen. Das Plastic Traum ist Blood Plant. What the shit. Das Oriented Blaster Team. Wie kam er ist das? Aber der wurde leider nicht bewegt. Boah, sie haben alle so wenig Leben jetzt langsam. Und dodged. Und dodged. Two. Yes, two. Two Drops einmal. So. Nochmal Versuch. Einer tot. Sehr gut. Dadurch kann der auch nicht mehr mit seinem Fernkopf angreifen. Aua. Das ist das nächste. Aua. Oh shit. Wir haben schon Sashoros gesehen. Ach, schläpp ihn doch. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben hier. Und er dodged. So, wir erstmal zurückholen von dem Todespunkt. Zwei Schaden, aber... Die haben wir auch ziemlich verteilt an, Mensch. Sechs bis zwölf. Der ist gar nicht mehr so gefährlich, wenn ich nicht mehr so viel Schaden machen kann. So, er ist tot. Oh, viel Schaden ist immer noch genug. Das sind die getestet. Seine Resolve ist getestet. Selfish. Die werden halt immer negativ. Selbstpreservation ist paramount. At any cost. Glory is wasted on them. I claim the Dune. Ich halte dich aber trotzdem. Wenn du zumindest nicht stirbst bei dem ganzen Quatsch. I'm not giving up. Take off. With loot are often low on supplies. Ich würde das gerne das benutzen. Das Item hat no effect. Und das? Das Item hat no effect. Das? Das Item hat no effect. Ich muss einfach so eingucken. Nein. Mit dem da. Hidden treasures. Take off. Have enough room in your inventory. Make room and choose only what you need. Das Essen brauche ich nicht mehr, weil... Ich gehe jetzt eh raus danach. Beziehungsweise, heilige Wasser ist auch egal. Das ist egal. So. Close. So, jetzt gehe ich eh raus, weil ich habe weder Licht noch irgendwas. Und meint, er ist irgendwie tot. Da habe ich keinen Bock. Vor allem, wenn der Boss noch kommt. Ne, ne. You must suffer the stress of defeat. Ja. Kann ich nichts anderes machen. Das ging einfach jetzt nicht mehr anders. Ich meine, ich habe trotzdem jede Menge Zeug bekommen. Aber ohne Licht ist halt ohne Licht, ne. Hab vielleicht viel zu früh gerastet. Das kann schon sein. Next. Type Eldritch. Hat er mehr Bonus, Schaden und genau. Aber ich habe geguckt. Ruins Adventure ist ja alles positiv. Ah, der nicht. Minus 20% der Mensch. Ja gut, ist nicht so schlimm bei dem. Für Green Flags. Das ist alles nicht so schlimm, wie ich dachte. Nur, dass die zwei jetzt selfish und irrational sind. Das ist ja kacke. Ja. Ich war der Herr von diesem Ort. Hat sich mein erstes Ziel auch nicht geklappt. Bevor die Kräger und Rats in ihre Domain zu haben. All manner of diversion and dalliance await those, who cross the threshold with coin in hand. Man ins Portell gehen. It's been a rough day. Lilith. Die irgendeine Besonderheit. Gambler in town will only gamble. Na geil. Wenn der Herr gerade ist. Oh shit. Wie ist das was hasse. Oh Gott. Will only pray. Okay. Will das jetzt mal prayin gehen. Sie hat es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. In town will only flagelate. Selbstgeißelung flagelate glaube ich. Wenn ich das richtig verstehe. So. Muss ich irgendwie zurecht kommen. In der nächsten Folge dann mit dem was ich jetzt hier habe. Nicht so wahnsinnig geil. Push-pulls glaube ich überhaupt nicht. Protection. Dodge. Lightabuff. Ach, Dodge. Moonclob. Hm. Also. Das war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe wir sehen uns bald. Tschüss.